Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenausblick, ja, oder auch Marktausblick für die kommende Woche. Wir schauen wie immer auf den DXY, auf die ganzen normalen Indizes, also im Stockmarket und natürlich auch auf den Kryptomarkt. Und nächste Woche steht eine wichtige Sache an und das ist der FED-Zinsentscheid. Darauf werden wir uns auf jeden Fall gleich mal ein Auge drauf werfen und natürlich auch, was können wir an den Indizes generell entwerten. Wir sehen gerade eine spannende Phase, wir sehen eine Krypto-Entkopplung und natürlich auch eine Gold-Entkopplung von den traditionellen Märkten. Das ist ein wichtiger Schritt. Diese Woche wurde eine Menge Geld gedruckt, was das möglicherweise für Auswirkungen haben könnte, das schauen wir uns im heutigen Video an. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates oder sonstiges Geschwafel von mir, wenn ich hier mal ganz kurz meine Meinung geige, so wie gestern, kommt da gerne rein. Link unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem DXY an, der sich grundsätzlich erst einmal so verhalten hat, wie wir es einerseits besprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, okay, Korrektur in diesem Bereich hier runter, in diese blaue Box, beziehungsweise in diese blaue Zone ist auf jeden Fall möglich. So, das haben wir gesehen. Wir haben dann auch so einen kleinen Push nochmal im Laufe der Woche bekommen. Am Mittwoch, wo das alles nochmal mit der Bankenkrise ein bisschen hochgeschwappt ist. Wir hatten Credit Suisse, wo kurz vorm Verrecken war, um das jetzt auch mal ein bisschen so plattdeutsch hier zu sagen. Wo dann wieder plötzlich, aber Mittwoch, Abend, Donnerstag, war dann die Info, okay, die Fed pumpt Geld in den Markt und nicht gerade wenig. JP Morgan geht hier wirklich von 2,2 Billionen Dollar aus. Und jetzt muss man sich das mal ein bisschen vor Augen führen. Die Fed hat jetzt innerhalb von zwölf Monaten 600 Milliarden, sag ich mal, frisch geprintetes Geld aus dem Markt wieder rausgenommen. Und jetzt innerhalb von nicht mal einer Woche werden hier 300 Milliarden wieder in den Markt geschmissen. Das hat natürlich auch wieder für Verluste beim US-Dollar gesorgt. Deswegen sind wir hier nur ein kurzer Pump nach oben hingegangen und der US-Dollar verliert wieder an Wert. Deswegen würde ich dieses Szenario jetzt momentan erst einmal rausnehmen. Und ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Montag, Dienstag erst einmal wirklich der US-Dollar sich sowas von oder weiterhin erholt. Davon gehe ich jetzt erst einmal nicht aus. Die Umstände haben sich jetzt im Laufe der Woche so geändert mit frisch gedrucktem Geld, mit Bankenkrise, mit der Entkopplung von Krypto, wo wir da nochmal drauf zu sprechen kommen. Also es wird hier ziemlich spannend. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier erst einmal wieder diesen Abtrend, den wir hier haben, also wir haben hier wirklich einen Abtrend, wieder brechen und hier unter dieses Low bei ungefähr 103 US-Dollar runterfallen. Sollten wir hier drunter fallen und drunter schließen, dann kann es auch für den DXY hier erst einmal wieder runter in diese grüne Box bei 101 US-Dollar runtergehen. Also ich bin ein bisschen bearischer eingestimmt, was den DXY anbelangt. Im Gegensatz zu den letzten Wochen, ich meine, die Prognosen haben immer ziemlich gut gepasst, aber jetzt mit diesem neuen Marktumfeld wäre ich da ziemlich, ziemlich vorsichtig. Die einzige Hoffnung, die ich hier beim DXY momentan noch ein bisschen habe, ist eben dieser Fett-Zinsentscheid, der am Mittwoch kommt. Man geht hier, und das ist jetzt momentan auch so ein bisschen dieses Fragliche. Also viele, die Schwankungen sind wirklich gravierend, muss man ganz ehrlich sagen. Wir hatten einerseits letzte Woche kurz die Meldung, oder ja, war schon noch letzte Woche Sonntag, würde ich jetzt mal behaupten, 0,5 Basispreis, also 0,5% Zinserhöhung steht im Raum. So, dann gehen die Banken pleite, wir haben eine Kreditswurst-Pleite, plötzlich heißt es von JP Morgan nur noch 0,25% oder gar keine Zinserhöhung. Die Fett druckt momentan nicht nur diese 300 Milliarden, sondern sie hat auch im Endeffekt einen Fonds auferlegt, was den Banken Zugang zu frischem Geld gibt, in Wert von Schuldscheinen und Sonntags, was aber auch erst in einem Jahr bekannt gegeben wird. Das heißt, dieser Fonds, wo die Banken gerettet werden, müsste erst in einem Jahr bekannt gegeben werden, welche Banken da überhaupt da drin stecken oder welche hier so ein bisschen am Schwanken sind. Das ist schon mal Punkt 1. Dann, JP Morgan sagt, 2,2 Billionen könnten in den Markt fließen. Ganz ehrlich, die Schulden, die Banken anhäufen, die Privatpersonen in den USA vor allem anhäufen, ihr müsst euch das so vorstellen, die Leute zahlen ihre Kreditkartenschulden mit Kreditkarten, die dann auch wieder Schulden fabrizieren. Und die Banken sind ja kein Stück besser im Gegensatz zu 2008, das ist sogar noch schlimmer, meines Erachtens nach, wie 2008. So, jetzt blicken wir mal so ein bisschen, was ist so die allgemeine Meinung, wir sind ja momentan so zwischen Target 4,5 bis 4,75%. Man sieht hier, es schwankt ziemlich ordentlich hier hin und her. Wir haben momentan eine 38-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass nichts gemacht wird und eine 62-prozentige, dass 0,25% erhöht werden. Und ich habe es zwar die letzten Monate immer wieder gesagt, ich gehe zweimal davon aus, dass 0,25% kommen. Die Frage ist nur, kommt das jetzt überhaupt noch? Das System, muss man meiner Meinung nach jetzt einfach mal so sagen, meiner dummen Meinung hier am Rande, ist völlig am Arsch, aber wirklich am Arsch. Und die Frage ist, kann sich die FED mit diesen ganzen Problemen es überhaupt noch leisten, die Zinsen überhaupt noch zu erhöhen? Es gibt Prognosen, ich weiß nicht, ob das hier schon ersichtlich ist, mit Dezember kann man das hier sehen, dass man hier schon knapp von 1% tiefer ausgeht, als nach jetzigem Stand. Also das ist auch deutlich, deutlich dazugekommen. Man muss sagen, das ist Dezember. Wir können uns das mal im November angucken, da sehen wir auch, November teilweise schon eingepreist, 1% weniger Zinsen. Wir schauen uns den September mal ganz kurz an, wenn es laden würde. Ja, auch hier 0,5 bis 0,75%. Also man sieht schon, da tut sich einiges. Und das ist jetzt eben das Entscheidende, was macht die FED am Mittwoch zum Zinsenscheid? Das könnte ganz, ganz interessant werden, auch was Powell danach sagt, zu den gesamten Märkten. Wir müssen auch noch, um das ein bisschen, sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen weit ausgreife, das ganze Thema. Ich wollte eigentlich ein separates Video, aber vielleicht haue ich das jetzt einfach jetzt hier noch mit rein. Man muss ja auch dazu sagen, Wahlen stehen nächstes Jahr an. Kann sich ein Joe Biden oder sonstige wer noch leisten, die Zinsen noch weiter zu erhöhen? Dann noch mehr Bankenpleiten, noch mehr Insolvenzen oder sonstiges zu machen. Das spielt momentan sehr, sehr viel mit. Das kann einerseits komplett bullish sein, das kann aber auch andererseits komplett bearish sein. Und da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen so ausgeschweift bin. Aber das weiß ich nicht. Das ist mir jetzt irgendwie wichtig, da mal ein bisschen ausführlicher drüber zu quatschen. Einfach um so ein bisschen auch so meine Gedankengänge damit reinzubringen. Wenn euch das nicht interessiert, dann keine Ahnung, dann labere ich hier umsonst. Aber das sind einfach so ein bisschen so meine Gedankengänge. Und ich habe letztes Jahr, ich habe es heute früh im Video schon gesagt, schon mal ein Video darüber gemacht, was die nächsten Jahre passieren könnte. Das waren auch so ein bisschen vielleicht meine kleinen Aluhut- oder Verschwörungstheoretiker-Meinungen. Keine Ahnung, wie man dazu sagt. Es gab immer zwei Inflationspeaks, geschichtlich gesehen. Da könnt ihr in die Geschichte, ich kann euch das Buch von Ray Dalio, das neueste, empfehlen. Da sieht man es auch nochmal, wie Inflation sich immer ausgewirkt hat. Wir hatten immer zwei Inflationspeaks, es wurde immer versucht, die Inflation zu decken. Und was ist daraus rausgelaufen? Höhere Zinsen, damals vielleicht weniger in Muschelzeiten oder was weiß ich, was ihr wisst, was ich meine. Und dann wird wieder Geld gedruckt, weil keine andere Alternative ist. Und jetzt haben wir ein Bankensystem, was komplett marode ist, was über Jahre mit Girald-Geld versorgt wurde. Ihr müsst euch das mal geben, in Deutschland 1% des Geldes ist gedeckt. Die 99% sind Buchgeld. Die sind aufgeschrieben, die gibt es nicht. Das ist Geld, was nicht existiert. Und deswegen sage ich auch, zumindest in meinem Bekanntenkreis momentan, haut euer Geld von den scheiß Banken runter. Nur Bargeld ist dann das, was ihr dann habt. Wenn ihr nicht an euer Geld kommt, dann seid ihr, das Wort sage ich jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist ganz, ganz schwere Zeit momentan und es kann wirklich alles passieren. So, genug ausgeschweift. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber zum S&P 500. Was hat sich da getan? Also sehen wir auch ganz gut, wir sind in diese grüne Box reingekommen. Das war der Plan, den wir ausgearbeitet haben letzte Woche. Also hat sich sehr, sehr gut akklimatisiert, kann man da schon sehr, sehr gut sagen. Also Prognose eingetroffen und dann auch dieses Breakout mit dieser Bestätigung. Also die Analyse, die wir letzte Woche gemacht haben, wirklich 1 zu 1 top eingetroffen mit dieser Bestätigung. So, was wir aber auch gesehen haben, eine Krypto-Entkopplung. Klar, wir hatten jetzt hier diesen Pump beim S&P 500 hier um einige Punkte. Natürlich, weil auch viel frisches Geld in den Markt gekommen ist. Aber es ist nicht die Steigerung, die wir bei Krypto und bei Gold sehen. Komme ich später nochmal drauf dazu. Merkt euch hier einfach mal so ein bisschen in diesen Chart, was ich hier rein will. So, Montag, Dienstag gehe ich ganz ehrlich noch immer davon aus, dass wir noch steigende Kurse sehen. Und dann wird, wie gesagt, ich gehe jetzt hier einfach mal den ganzen Chart so bis Mittwoch durch. Da wird es dann halt im Endeffekt ziemlich entscheidend werden. Wir sind im S&P 500, klar in einem Downtrend. Also der Trend nach oben hin ist jetzt erstmal gebrochen. Wir haben einerseits hier natürlich so eine kleine Downtrend-Linie, die wir beachten müssen. Und natürlich, wir haben hier ein tieferes Tief gebildet, letzte Woche schon. Und haben das jetzt hier nochmal ein bisschen verstärkt. Haben zwar hier unten jetzt in dieser Daily-Demand-Zone ein bisschen Support gefunden. Fraglich ist, ob das hält. Wir müssten, um hier wirklich bullisch zu sein, und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir zumindest Montag, Dienstag hier in diese Region eben kommen. Das heißt, der Fahrplan bleibt jetzt erstmal so bis ungefähr 4.019-Punkte-Marke. Dann werden wir raus aus unserem Downtrend. Und dann kommt, wie gesagt, Fett-Zinsentscheid. Da wird es gravierend drauf ankommen. Und ihr seht hier auch schon diese Candle, die hier reingekommen ist auf Daily-Sicht. Da ist schon eine Menge Verkaufsdruck. Und wir sehen momentan wegen der Bankenkrise und so. Also ich würde momentan, ganz ehrlich, ein bisschen Abstand nehmen vom S&P 500, Nasdaq und sonstigen normalen Stock-Markets. Würde ich einfach momentan mal ein bisschen Abstand nehmen. Nur meine bescheidene Meinung da für euch da draußen. So, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass es noch ein bisschen bullisch geht. Aber zumindest nur bis dahin. Und dann kommt die Fett möglicherweise. Und dann werden wir weiterschauen. Dann gehen wir rüber mal ganz kurz zum Nasdaq. Techwerte natürlich ein bisschen deutlich besser hier. Meta hat wieder Mitarbeiter entlassen. Das heißt, auch hier werden wieder mehr Mitarbeiter entlassen. Was natürlich auch wieder einerseits scheiße für die Wirtschaft ist. Mehr Mitarbeiterentlassungen. Das ist ja das, auf was wir immer so ein bisschen gucken. Mit den Arbeitslosenzahlen, die natürlich, oder die ersten Enträge auf Arbeitslosenhilfe, die am Donnerstag dann wieder auf uns zukommen. Hat Meta wieder entlassen. Die Märkte korrelieren jetzt momentan auch nicht so. Also Nasdaq richtet sich dann schon ein bisschen mehr dann wieder so kryptomäßig und sowas. Ein bisschen auf einen aufsteigenden Ast. Hat aber auch hier sehr, sehr gut gepasst, dass wir dann hier runter, wir sind sogar noch ein bisschen tiefer hier unten in die Demandzone reingekommen, Gap gefüllt. Wir haben aber, und das ist jetzt so ein bisschen dieses, auch wieder fragile, was wir hier beim Nasdaq haben. Diese grüne Box, könnt ihr euch noch daran erinnern, vor, wann war denn das? Anfang Februar, nicht wirklich drüber geschafft. Und genau an diesem Widerstandsbereich sind wir jetzt wieder. Was wir dazu sagen müssen aber, wir haben diesen Downtrend, den wir hier jetzt erstmal hatten, erst einmal schön impulsiv nach oben hindurchbrochen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich würde mir hier aber gerne nochmal einen Retest wünschen, einfach um die Sache ein bisschen positiver zu sehen. Und dann ein Breakout nach oben mit einem höheren Hoch bei Richtung knapp, ich sage jetzt mal 13.000 Punkten. Dann würde die Sache wieder deutlich bullischer beim Nasdaq aussehen. Aber das wird auch sehr, sehr interessant sein zu beobachten, sehen wir hier auch vielleicht untereinander, was Tech-Werte und sowas anbelangt. Und die ja extrem gelitten haben. Wir sind ja bei einem Nasdaq noch ewig weit weg von irgendwelchen, ja, von irgendwelchen Alltime-Heist, die wir beim Dow Jones schon fast wieder geknackt hätten. Auch S&P 500 hat sich gravierend erholt. Nur der Nasdaq hat gezögert, natürlich weil er auf billiges Geld aus ist. Weil die ganzen Tech-Firmen durch billiges Geld natürlich auch nach oben gepusht wurden. Und das könnte jetzt auch wieder so eine Antikorrelation sein. Alle, die in Tech-Werte investiert haben, monatelang gelitten haben, könnte das jetzt auch so ein kleiner Rebound werden für die nächste Zeit. Aber trotzdem, so ein Retest hier unten würde ich mir gerne nochmal vorstellen. Zumindest hier auf diese blaue Linie bei den 12.174 Punkten. Und dann von mir aus, gib ihm Richtung 13.000 Punkte Marke. So, dann gehen wir schon ganz schnell rüber zum Dow Jones. Auch hier ist es echt, wir sind hier auf Messerschneide. Ganz ehrlich, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Hier dieser Fahrtweg, wir sind nur konsolidiert hier in diesem Bereich. Wir traden hier an diesem Downtrend, also diesen ehemaligen Downtrend. Ich bin hier noch nicht wirklich überzeugt. Und vor allem, was mich hier gravierend stört, und das hatten wir eben letzte Woche noch nicht. Ich zeichne es euch ganz kurz ein hier. Diese blaue Linie bei den knapp 32.000 Punkten. Wir haben die unterschritten mit Daily Close mehrfach. Und das ist eigentlich ein perfektes Zeichen für einen Trendbruch. Und wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier nochmal Richtung 30.900 oder sogar hier unten Richtung 30.300 Punkte Marke gehen. Das ist momentan so ein bisschen mein Primärszenario. Spiegelt zwar jetzt nicht das ab, was wir vom Nasdaq gesagt haben, aber da wiederum, wir haben billiges Geld dann möglicherweise wieder im Markt. Fett Zinsentscheid könnte da wieder Kohle reinpumpen. Und das könnte dann, sag ich mal, für Dow Jones und S&P 500 doch ein bisschen weiter tiefer nach unten gehen. Das heißt, ich bin bearish, was ein S&P 500 und den Dow Jones anbelangt, bullish eher, was ein Nasdaq anbelangt und natürlich auch bearish, was ein US-Dollar anbelangt. Aber das ist sowieso ein anderes Ding, das, ja, ihr wisst, was ich meine da draußen, Freunde, oder? Da brauche ich doch nichts mehr dazu sagen. Ja, das ist jetzt erstmal so ein bisschen meine bescheidene Meinung zu den Aktienmärkten. Also wie gesagt, habe zusammengefasst, wirklich bullish ist es momentan nicht. So, und jetzt kommen wir zu, ja, dem wichtigsten Chart, was ich die letzten Tage immer mal wieder auch in die Telegram-Gruppe gepostet habe. Und zwar, das ist der Goldchart. Ihr wisst, ich habe es letzte Woche gesagt, ich bin einigermaßen zeitig noch bei Gold reingekommen, bei 1900 US-Dollar gekauft mittlerweile. Also Gold pusht hier ohne Ende. Also wenn wir mal sagen, okay, ich bin bei 1,9 rein, dann sind wir hier schon wieder 5% innerhalb von einer Woche. Und jetzt muss man sich, um das Ganze mal ein bisschen weiter zu spinnen, mal vorstellen, wie viel Geld ist notwendig, um Gold zu bewegen. Wir bewegen uns hier in einem Billionen-Asset. So ist es nicht. Gold, Bitcoin können wir uns mal ganz kurz angucken, ob es hier irgendwie einen Chart oder sowas gibt. Aber es ist halt einfach krass. Man braucht hier einen Haufen, ja, ich finde es jetzt wahrscheinlich nicht auf Gold-Bitcoin-Chart. Mal gucken, ob man hier irgendwas findet. Bitcoin, Gold, naja, egal. Auf jeden Fall, du brauchst eine Menge Kohle, um diesen ganzen Scheiß zu bewegen, ne. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber von Gold und Bitcoin im Chart. Ah, da könnte ein Gold-Retrust, das sieht doch schon mal gut aus, wenn es jetzt laden würde. Auf jeden Fall, du brauchst eine Menge Kohle, um diesen ganzen Markt zu bewegen. So, sorry, kurze Pause. Ich musste das erstmal den Chart raussuchen, weil ich den anderen nicht gefunden habe. Komischerweise geht dieser Bitcoin-Gold-Vergleichgrad-Chart auf jeden Fall nicht mehr. Also deswegen habe ich mir jetzt mal einen anderen Chart rausgesucht. Und zwar Gold ist ein 13 Billionen-Dollar-Asset. So, jetzt haben wir in den letzten sieben Tagen 7% oder knapp 6,5% an Market Cap zugewonnen. Das ist schon mal heftig für ein 13 Billionen-Asset. Es ist wirklich heftig, was hier für Bewegungen stattfindet. Und jetzt kommt wieder so ein bisschen mein Aluhut. Ich rede seit Wochen, Monaten immer wieder davon. Zentralbanken kaufen Gold. USA kauft Gold, Deutschland kauft Gold, China kauft Gold, Russland kauft Gold. Natürlich kann man sagen, ja, es war Covid, es ist Krieg, Gold und sowas, bla bla bla. Aber warum sollte ein Gold so stark steigen wie jetzt, wenn da nicht noch ein bisschen was mehr hinten dran ist? Es klingt sehr, sehr komisch. Natürlich sollte man jetzt nicht all in Gold gehen. Das Problem hatten wir auch gestern in der Telegram-Gruppe mal kurz besprochen. Es ist immer wieder schwer, große Summen dann auch Gold zu verkaufen. Irgendjemand hat es in die Gruppe geschrieben, er hat irgendwie ein Kilo Gold. Wollt es verkaufen und dann jemanden zu finden. Natürlich ist es schwer. Aber es ist, glaube ich, nicht verkehrt. Momentan auch ein bisschen, zwar nicht all in, aber auch mal ein bisschen, um einfach das Portfolio ein bisschen zu diversifizieren, auch in Gold zu stecken. Klar, damals hatten wir eben diesen Run. Damals, wo es Covid gab, absolut verständlich. Danach ging es nur noch runter, da hatten wir so einen Zwischenhoch. Aber so wie es momentan ist, ganz ehrlich, ich schorte hier Gold erstmal nicht mehr. Wenn das hier weiterhin so läuft und wir hier oben die Marke von 2076 Dollar brechen, sehe ich hier ein neues All-Time-High innerhalb kürzester Zeit. Und so wie sich die Märkte momentan verhalten, wenn jetzt die Börsen auch noch ein bisschen weiter runter gehen, wo werden die Leute hingehen? Entweder in einen Markt wie Krypto oder Bitcoin, der noch nicht ganz reguliert ist, oder in Gold. Und deswegen bin ich momentan so ziemlich ultra-bullish, was Gold momentan ein bisschen anbelangt. Ich weiß nicht, wie ihr das da seht. Ihr könnt es gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr momentan so ein bisschen diesen ganzen Markt einfach so seht. Gehe ich vielleicht ein bisschen zu weit mit meinen ganzen Verschwörungen oder sonstigen Themen? Oder sagt ihr einfach, ja, die Leute gehen jetzt in Risk off. Aber warum steigt dann Bitcoin? Und das ist dieser Punkt, warum wir hatten immer mal so ein bisschen Zeiten. Bitcoin ist gefallen, dann ist Gold dafür gestiegen und sowas. Also es ist ganz, ganz schwer, jetzt ein bisschen Zukunftsentscheidungen oder sonstiges zu treffen. Und vor allem, wie gesagt, Gold, so wie es steigt. Und wie gesagt, man braucht eine Menge Kohle, um Gold überhaupt zum Steigen zu kriegen. Wir reden hier von 13 Billionen Dollar Asset. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Ob das alles zu 100% gedeckt ist, sei mal dahingestellt. Aber diese Bewegungen, die hier momentan einfach stattfinden, ohne, und das ist jetzt auch mal so ein Punkt, ohne, dass wir jetzt schon die Kohle, die jetzt gerade, die damals Covid geflutet hat, im Markt haben. Das ist dann wiederum ein anderes Thema. Wir haben noch nicht die Kohle im Umlauf, die damals bei Covid in den Markt gepumpt wurde. Also, wie gesagt, es ist echt, echt schwer. Ich würde es einfach nicht shorten. Wichtig ist, wenn wir die 2000 US-Dollar-Marke durchbrechen, das ist wieder eine psychologische, wichtige Marke, dann sehe ich hier bald ein All-Time-High auf uns zurollen. Ich bin froh, mittlerweile echt mit drin zu sein in dem ganzen Gold-Ding. Aber ich weiß ganz ehrlich, irgendwas läuft im Hintergrund, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr strange, was momentan so die ganzen Märkte hier vollziehen. Geld wird wieder gedruckt. Plötzlich wird über Zinssenkungen gesprochen. Es ist einfach komisch. Gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Und dann kommen wir noch ganz zum Schluss zu Bitcoin. Habe ich ja heute früh schon ausführlich drüber gesprochen. Wir sind momentan erstmal ein bisschen überpumpt, meines Erachtens nach. Ich sehe zwar jetzt noch Möglichkeiten, dass wir in Richtung 28.800 US-Dollar gehen, aber größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einfach nochmal einen Rücksetzer in die Region von 25k kriegen. Hier unten einerseits, weil wir hier noch so einen kleinen Vektor haben, andererseits, weil wir hier nochmal dieses High, was wir in der Vergangenheit immer wieder Probleme hatten, hier drüber zu kommen. Und man sieht es hier, wir hatten damals so den ersten Push, dann kamen wieder irgendwelche Kack-News hier bei 25k, dann hatten wir diesen Push, dann ging es runter Richtung 19k und jetzt nochmal diese psychologische Marke von 25k nochmal als Support zu kriegen. Diese Chance nutzen und dann sehe ich ganz ehrlich auch hier möglicherweise vielleicht sogar nächste Woche 32 bis maximal 34k. Warum 34k? Wir haben es auch schon in den Livestreams immer wieder drüber gesprochen. Das 2618er FIP-Level liegt hier oben. Wir haben hier noch ein bisschen Volumenansammlung. Und dann wird es interessant werden, meines Erachtens nach. Weil wenn wir dann Support bei hier 28k reinkriegen, dann to the moon, dann können wir über Bullrun reden. Ich bin momentan, ich habe es vorhin schon in die Telegram-Gruppe geschrieben, ich bin momentan immer noch so ein bisschen vorsichtig, das Wort Bullrun in den Mund zu nehmen. Einerseits, mich stört es nicht darüber zu reden, ganz klar. Aber es gibt genug Leute da draußen. Ich weiß, ich habe es auch in die Thumbnails oder sonst wo irgendwie mal eingebaut, aber ich sage immer wieder dazu, solange wir nicht nachhaltig über 32k sind, gehe ich nicht von einem Bullrun aus. Es ist immer noch die Chance, dass wir uns hier in einer riesigen Falle befinden. Und ja, das sind einfach so ein bisschen meine Gedankengänge momentan. Also ich würde es momentan nach jetzigem Stand noch nicht überstrapazieren mit Bullrun. Wir sind in einem Bullrun. Dieses Wort alleine kann bei vielen FOMO auslösen. Und ich habe mich eigentlich seit meinen Anfangszeiten immer so ein bisschen dagegen gesträubt, auf Thumbnails und sowas in der Art zu machen. Aber man kommt nicht bei rum. Es ist ganz ehrlich so. Und die Leute checken dann in den Videos, okay, es geht hier nicht wirklich nur um Clickbait, es geht hier auch wirklich um Analyse und auch mal Realtalk, meines Erachtens nach. Oder ich weiß nicht, wie ihr das seht da draußen. Aber ich glaube, das sind so die meisten, die mir folgen, auch wegen meiner Art. Also ich halt auch mal frei Schnauze irgendwas sage. Aber nicht darum, euch hier, sage ich mal, vom Reichtum oder sonstigen irgendwas erzählen. Darum geht es hier einfach nicht. Aber das ist jetzt so momentan, wenn wir die 32k rauskriegen, dann können wir gerne über Bullrun reden. Vorher wird es jetzt interessant. Mittwoch fett. Was tut sich diese Woche an den Märkten? Kommen wirklich diese zwei Billionen in den Markt? Das wird sehr, sehr interessant. Aber trotzdem, ich habe immer noch einfach diesen Hintergedanken. Irgendwas läuft falsch. Natürlich läuft was falsch. Durch dieses ganze Geldgedrucke und sonstigen Schmar und was weiß ich. Aber es sagt immer noch so, ich sage mal, zu 80% bin ich euphorisch. Auch wenn man es mir jetzt vielleicht nicht ansieht gerade. Aber diese 20% Rest in meinem Kopf haben da immer noch so Zweifel. Und wenn ich mir in der Gruppe, in der Talkgruppe immer mal so ein paar Beiträge durchlese, bin ich da nicht der Einzige, der auch noch so diese Restzweifel hat. Ich würde jetzt nicht alles verkaufen hier. Darum geht es nicht, auch wenn manche das machen. Dafür bin ich vielleicht dann wieder zu euphorisch. Aber ich weiß nicht. Irgendwas trübt mich da noch so ein bisschen im Hintergrund, weil ich vielleicht auch ein kleiner Aluhutträger bin. Weiß ich nicht, wie es euch da draußen geht. Gerne in die Kommentare reinschreiben. Oder gerne auch in der Telegram-Gruppe können wir uns darüber unterhalten. Aber das sind einfach so ein bisschen meine Gedanken. Sorry, wenn heute der Marktausblick ein bisschen mal anders geworden ist. Mal ein bisschen ausführlicher. Auch meinen Stuss mal ein bisschen dazugegeben habe. Tut mir leid. Aber das war mir jetzt einfach mal wichtig. Ich hätte es als extra Video verpacken können. Aber weiß ich nicht. Ich wollte jetzt nicht extra Video machen, nur um noch ein paar Mal Klicks einzumachen. Wer den Marktausblick guckt, schaut ihn gerne. Also freut mich auch. Ich weiß, dass es nicht so viele Klicks hat wie Bitcoin-Update-Videos oder so. Aber darum geht es nicht. Ich will euch einfach mal noch ein paar andere Märkte zeigen. Und das ist einfach der Aspekt dahinter. Und wenn es dann auch mal ein bisschen Real Talk ist, dann habe ich da auch nichts dagegen. Gut. Und damit würde ich sagen, beenden wir das Video für heute. Schauen wir, was die nächste Woche bringt. Auf jeden Fall passiert endlich mal wieder ein bisschen Spannung. Vielleicht hat sich das Ganze Warten jetzt endlich mal gelohnt. Warten wir es ab. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Schaltet ein bisschen ab bei dem schönen Wetter da draußen. Und wir hören uns dann morgen wieder mit Bitcoin, mit Ethereum und einer Aktienanalyse. Das war es von mir. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Und damit ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.